So, ganz recht herzlich willkommen zurück hier beim e-commerce.de Podcast zu einer weiteren Folge, mir gegenüber sitzend, Tim Fröhlich, in unserem Podcast-Setup. Was geht ab? Was geht ab, Niklas? Wir haben beste Laune und wir sprechen heute über das Thema, wie wichtig ist es, reich zu sein oder viel Geld zu haben, je nachdem, wie man das Ganze definiert. Let's go! Ja, vor zwei Tagen war ein legendäres Event hier in Berlin. Ich habe es in deiner Story gesehen, du warst da, ich war tatsächlich nicht in Berlin. Es geht um den Marathon, der hier stattgefunden hat. Wie? Ich war nicht da, keine Ahnung, aber ich glaube für Deutschland ist es eines der krassesten Sport-Events in Berlin auch gewesen. Also ich glaube über, ich steige mich nicht tot, 70.000 Leute sind da hingekommen, die wirklich am Marathon teilgenommen haben. Nee, gelaufen sind 50.000. 48.000 Leute sind mitgelaufen, pass auf, ich weiß es ganz genau, denn an einem Tag davor am Samstag, also das so viel zum Thema, warum es auch manchmal nicht geil ist, in Berlin zu wohnen, war ich im KDW. So, da fängt die Leidensgeschichte des Samstages, die ich hatte, an. So, ich war da zusammen, mein Freund wollte irgendwas kaufen, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr genau was. Und dann sind wir Kudamm runtergefahren, so und sie wollte da noch irgendwas kaufen, habe ich gesagt, komm, ich gehe eben kurz Auto waschen. Dann habe ich die da irgendwo rausgeschmissen, bin bei unserem alten Office vorbeigefahren und da zu der Waschanlage. So, gar kein Problem. Ich wusste natürlich, an dem Tag ist Marathon und ich bin extra, natürlich nicht Marathon, sondern es ist der ein Tag davor, es ist immer noch ein anderer Marathon, es ist ein anderer Marathon mit so Rollerblades. So, jetzt kommt, jetzt geht die Geschichte los. Ich, schön Auto gewaschen, so, dann will ich da gerade rausfahren, will sozusagen zurückfahren und dann, also wer schon mal während des Marathons in Berlin war, die Stadt ist dazu. Also, das bedeutet, du kommst nicht mehr. Es ist nicht so, oh, du musst den richtigen Weg kennen, sondern es geht wirklich nicht mehr. Du bist dann ausgesperrt sozusagen aus einem großen Teil von der Stadt, also um 42 Kilometer Radius, das ist gar nicht so wenig, oder zu 41.500 Meter oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall stand ich dann an der ersten Barriere, ich bin ausgerechnet, ich bin bestimmt 30 Minuten habe ich versucht, jedes Mal du versuchst trotzdem irgendwie zu finden. Ich bin nämlich 30 Minuten mit dem Auto gefahren, die ganze Zeit versucht, nichts hat geklappt. So, dann, ja, habe ich mich da irgendwo hingesetzt, ich bin über die Autobahn dann gefahren, nochmal ungefähr eine halbe Stunde, weil ich dachte, über Mehringdamm komme ich vielleicht rein. Mehringdamm war auch zu, so, und Mehringdamm ist das bei Kreuzberg, da kannst du nirgendwo arbeiten mit dem Laptop, weil das so ein antikapitalistisches Viertel ist hier. So, das heißt, da steht überall no laptops, no working area und so weiter und so fort. Echt? Das ist so krass? Richtig abgefuckt. Da steht einfach, guck mal, also schaut mal, also das 30. was ich fand, ich saß in so einem Café, habe dann Ingwertee für 6,50 Euro, Wasser mit Ingwer, der schlechtste Ingwer, den ich je hatte und an der Wand hing so ein Bild, irgendwas gegen Kapitalismus. It's harder to imagine the end of the world than the end of capitalism. So, und dann dachte ich mir so, Alter, das ist so richtig typisch. Weißt du, irgendein Kreuzberg, so ein Café haben, wo man Ingwertee für 6,50 Euro verkauft, um dann an die Wand zu schreiben, so. Also, hilarious. Auf jeden Fall habe ich dann da gearbeitet und dann ist das irgendwie, ja, 2 Stunden später, 2, 2,5 Stunden später ist das dann wieder aufgegangen. Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Pain ist, in diesem Auto zu sitzen, weil ihr wisst ja nicht, man weiß ja nie genau, ist das jetzt auf, oder stehe ich einfach im Stau oder was ist hier, ne? Dann fährst du die ganze Zeit hin und her, stehst wieder im Stau, stehst wieder da, dies, jenes. Dann machen die das auf, ich fahre durch, denke mir, Bingo, ist einfach so ein zweiter Kreis da. Da war noch so ein Kreis. Weißt du, ich weiß nicht genau was, also, da hätte man bestimmt dann irgendwie rumfahren können, weil du bist dann schon im Ding. Es war dann irgendwo an der Friedrichstraße, dann stand ich da nochmal 1,5 Stunden und dann war ich auf jeden Fall abends um 18.30 Uhr im Büro, also habe ich hier dann ein Auto geparkt und ich war um 12 Uhr morgens, bin ich, habe ich, ja, um 12 Uhr morgens richtig Auto waschen. Abgefuckt. Aber ich habe die Zeit genutzt, mit Laptop unterwegs gewesen, also ich habe währenddessen ein bisschen was geschafft. Okay, Frage hierzu, wie schafft man es in solchen Situationen, nicht komplett abgefuckt zu sein, weil ich kenne das selber. Weil ich bin, glaube ich, der falsche Ansprechpartner für, weil ich bin jemand, ich bin da sehr aggressiv, sehr emotional, also so sehr, ich habe dann, also in dem Moment kann ich halt nichts ändern und es gibt auch niemanden Schuldigen, denn, obwohl mich das auch letztes Jahr schon so abgefuckt hat, tatsächlich ist der Marathon eine sehr geile Sache. Also die Leute haben mega Bock, man sieht, die Leute rennen da lang, sie sind ja aus aller Welt, kommen Leute, also viele unterschätzen das. Leute reisen nach Deutschland aus aller Welt, aus jedem fucking Land der Welt, um hier an diesem Marathon teilzunehmen und dann stehen bestimmt noch mal zwei, dreihunderttausend Leute, ich weiß nicht wie viele, an der gesamten Strecke und motivieren alle Leute, nicht nur die, die sie kennen. So, weißt du, vor mir, alle waren am Klatschen die ganze Zeit so, vor mir steht so ein Amerikaner, weißt du, so komplettes Ding. Come on, give everything, yeah, you can make it, man, you can make it. Die ganze Zeit, weißt du, so unaufhörlich. Und dann überall solche High-Five-Stations und so Wasser-Stations, so Leute einfach so was aufgebaut haben. Es ist so ein geiles Community-Event, die Leute kommen zueinander, es ist voll schön, es ist Peace, keine irgendwie, weißt du, es ist auch, ich fand es auch nice, weil es, das ist in Berlin ja auch oft so, dass dann große Events mal für irgendwas benutzt werden, wo du denkst, ey, können wir nicht einfach Sport machen? Ich habe jetzt niemanden gesehen, der irgendwelche, weißt du, so dann so irgendwelche Leute, die dich da wieder für irgendwas, was ja nicht verkehrt sein muss, aber für irgendwas einsetzen müssen, statt einfach Marathon zu laufen, so. Also gerade in Berlin ist ja oft dann irgendwie, ich glaube, dann irgendwelche Klimakleber oder irgendwelche politischen Sachen, dass sie dann da rumlaufen mit irgendwelchen komischen Dingern. Das Witzigste war, irgendjemand hatte so ein Schaumstoffkostüm vom Brandenburger Tor, was so anderthalb Meter niederrichtet ging und lief damit. Und ich habe entschieden, ich werde nächstes Jahr safe auch mitlaufen, und auch wenn ich es vielleicht 42.000 Kilometer, werde ich glaube ich nicht schaffen unbedingt, aber. 42.000 Kilometer vor allem. Niklas, ja, wurde hiermit gegeben, 42.000 Kilometer. Das läuft einmal um die ganze Welt. Okay, das heißt, wann fängst du an mit dem Training? Ach, will ich gar nicht so viel. Ich habe, wir haben letzte, nee, ich habe gestern ein Unternehmen gekauft, eigentlich für Sellerpoint oder ein Unternehmen zugekauft, also nur einen kleinen Teil da draus, auch relativ klein, das ist jetzt nicht so etwas super spektakuläres, aber der Kollege Paul, cooler Typ, der ist jetzt heute gerade im Flugzeug auf dem Weg nach Tansania und läuft den Kilimanjaro hoch und war vor zwei oder drei Wochen die Zugspitze hochlaufen. Und da, Digga, da challenge ich dich mal, das sollten wir nämlich unbedingt nächstes Jahr mal machen, die Zugspitze hochzugehen. Weil das ist schon sehr, sehr, also dafür müssen wir halt nicht ewig trainieren, das können wir einfach mal so machen und das ist aber ein richtiges Mindpain schon. Weil das ist, glaube ich, knapp 3000 Meter, 2964, glaube ich, hoch und da braucht man, glaube ich, ja, ich glaube so 8, 9, 10, 11 Stunden, irgendwie so braucht man da hoch und da hätte ich mal sehr Bock drauf. Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Das müssen wir machen. So, jetzt gibst du mir erstmal die Hand drauf. Ein Mann ein Wort. Ein Mann ein Wort, ja. Ich bin der Erste. Was? Zugspitze. Ich warte dann oben auf dich, ja, mit heißem Ingwer-Tee. Man muss, ich habe, er hat mir erzählt, man hängt die letzten zwei oder drei Stunden, bist du einfach nur so für, du kommst die ganze Zeit gut voran und die letzten drei Stunden sind einfach so 150 Meter an so einem Steilhang nach oben, wo du dann so ein Stahlseil auch hängst. Also du musst da jetzt keine Erfahrung haben, du bist jetzt halt safe so, aber du musst dann da, obwohl safe, er hat gesagt, so alle zehn Meter kommt irgendwo so ein Kreuz von irgendjemandem da. Aber Zugspitze wird jetzt nicht so. Nice. Ey, aber nochmal zum Marathon, also ich finde es an solchen Events, das ist sehr, sehr geil, das, was du beschrieben hast, diese Energie, die du einfach hast von Communities. Mega. Wo du einfach siehst, wozu der Mensch einfach in der Lage ist, rein psychisch gesehen, eigentlich sind die wenigsten Leute wahrscheinlich in der Lage, 42 Kilometer am Stück zu laufen unter normalen Konditionen, aber durch die Energie, durch dieses Mindset, was diese ganzen Leute mit sich bringen, ist dein Körper wahrscheinlich in der Lage, 60, 80 Kilometer zu laufen, obwohl du vorher vielleicht nie diesen Weg gegangen bist. Und es ist krass zu sehen, was du diese Energie einfach ausmachen kannst. Wozu du in der Lage sein kannst, wenn du dein Mindset halt darauf polst. Das ist ja einfach wirklich nur Kopfsache. Ja, und auch einfach so, das ist so schön zu sehen, wenn die Leute immer mal wieder so zusammenkommen. Das fehlt irgendwie manchmal so, glaube ich. Mittlerweile ist ja immer so, alle Großveranstaltungen sind ja fast irgendwelche Demonstrationen. Und bei sowas ist es immer super geil zu sehen, einfach, hey, guck mal, die Leute, eigentlich sind wir ja so sehr gleich. Weißt du, so alle haben auch aus völlig unterschiedlichen Ländern. Sport verbindet halt, egal. Manche Rich-Leute, manche sind broke as fuck, völlig egal. Alle laufen einfach, alle laufen einfach den Marathon. Und, genau, es ist auf jeden Fall, also das auch mal übrigens als Learning, glaube ich, die meisten sehr erfolgreichen, sehr, sehr erfolgreichen Menschen haben meistens eine bestimmte Beziehung zu Sport. Also eine Beziehung zu Sport im Sinne von, haben irgendwann zumindest in ihrer Jugend oder irgendwann mal irgendwelche Arten von Extremsport gemacht. Weil natürlich, wir haben ja eine Connection zwischen Hirn und Körper. Und ich sage mal so, als Unternehmer facest du halt so psychische Challenges eher, während du im Sport halt physische Challengest. Aber du kannst dich natürlich sehr gut darauf vorbereiten, unter Druck oder unter auch Sachen halt auszuhalten oder länger durchzuhalten, wenn du mal Sport gemacht hast. Und du kannst auch checken, das checken ja viele Leute gar nicht, wozu man überhaupt in der Lage ist, was du gerade gesagt hast. Ich weiß zum Beispiel, wo wir mal Kickboxen waren, da waren wir mal richtig platt und am Ende, wir dachten, Training ist jetzt vorbei und dann mussten wir irgendwie so fünf oder sechs Minuten noch Plank machen. Weißt du das noch? So, und ich hätte nicht mal gedacht, dass ich sechs Minuten Plank machen kann, wenn ich gerade frisch bin. Aber so dadurch, dass dann die Motivation und dass alle da sind und alle das machen, ist das auf einmal möglich. Und du denkst dir, what the fuck? Deswegen auch das Umfeld so unglaublich wichtig. Ja, das ist halt genauso das Punkt, was halt so schwierig im Unternehmertum ist, weil meistens bist du alleine so, du weißt, was du zu tun hast, du hast dein Laptop vor dir, aber du sabotierst dich selber. Weil es gibt niemanden, keine zehn Leute um dich herum, die jetzt sagen, ja, du machst jetzt das, 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 das. Du musst dich selber dafür überzeugen. Ja, und auch mit Druck umgehen können. Aber ich glaube mit so, das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und das lernt man auch so, weißt du, im Sport, da muss man, also gerade wenn man auch mal in einem Wettkampf oder Fußball oder whatever mal gespielt hat. Sport ist halt in dem Sinne leicht, weil es niemanden gibt, der dich gerade reinredet. Niemand sagt, ja, du musst das Gewicht jetzt nicht drücken oder du musst jetzt, keine Ahnung, auf deine Ernährung achten. Das ist, du musst dich selber überzeugen. Aber in deinem Umfeld, bei Sport motivieren die Leute eher, ne? In deinem Unternehmertum, da kommt dein Umfeld rein und sagt dir, oh, denkst du wirklich, das funktioniert? So, bleib mal lieber normal angestellt, so, probier das lieber nicht. Da reden die Leute auf einmal rein. Bei Sport, dein Ding. Ey, wie krass, guck mal, überleg mal, kein Mensch würde dir jemand sagen beim Fußball und du sagst, ey, wir ballern die heute 6-0 weg, da kommt keiner und lass mal lieber nur 2-0 machen. Ja, 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 safe. So, lass mal lieber nur 2-0 machen. Sondern dann geht die Euphorie weiter, alle arbeiten an einem so einem Ziel, weil es auch so ein Same-Goal ist. Also aus dem Sport kann man, glaube ich, mega viel mitnehmen und übrigens, surprise, surprise, ich habe eine Membership mir geholt bei hier, diesem furchtbaren Gym. So ein Wreath. Ja, Mann, Alter. Yes. Weil das jetzt so nah bei mir um die Ecke ist. Stark. Ich kann nicht da mal mit dir... Ey, das hat ein neues aufgemacht, ne? Ja, das kostet fucking 90 Euro. Ja, aber das ist mit Whirlpool und Sauna und dem ganzen Stuff. Ich habe ein Video gesehen. Ja, da kann ich dich dann... Oder du hast ja wahrscheinlich auch so eine Membership. Ne, ich darf da leider nicht. Ich hatte letztens mit der Trainerin geredet, sie hat sich richtig gefreut, dass ich da nicht reingehen habe. Richtig schadenfroh. Aber ja, das wird noch geklärt. Aber wie auch immer, dann gehen wir mal wieder öfter. Dann kriegst du vielleicht noch ein paar mehr Folgen von Tim und Niklas und Jim im Bademann. All right, ich würde sagen, wir starten. Let's go! So, lieber Niklas, dann direkt die Kernfrage vom Podcast. Wie wichtig ist es, reich zu sein? Anders? Ich fange erstmal an mit einer Pre-Frage. Oh, jetzt kommt die Deepness. How deep should I go, man? Was bedeutet das denn überhaupt, reich sein? Genau. Was ist die Definition von Reichtum? Du bist ja von jedem anders. Also, ich definiere, für mich ist die Definition von Reichtum, also erstmal die Definition von Reichtum, wie ich das Wort definiere, geht es nur um Geld. Nicht im Leben, um erfüllt zu sein, nicht. Aber das Wort Reichtum, meiner Meinung nach ist es mal so, das hat sich irgendwann mal so etabliert durch Social Media, weil irgendjemand einen coolen Post gemacht hat. Are you rich when you're, hier, Bob Marley war das, glaube ich, ne? Ich kenne nur No Woman, No Cry. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall dieses so, jo, reich sein bedeutet nicht nur Geld zu haben, sondern auch dies, das, jenes. Aber für mich ist eigentlich das Wort Reichtum in erster Linie mit Geld assoziiert, um es einfach simpler zu halten. Es ist einfacher, wenn man Reichtum mit Geld beschreibt. Womit es eigentlich natürlich ein erfülltes Leben zu beschreiben ist, das weiß auch jeder Mensch, der auch schon mal viel Geld hatte, Geld alleine, und das ist auch immer ganz wichtig, Geld alleine macht nicht glücklich. Nur weil du viel Geld hast, bist du nicht automatisch glücklicher. Das ist komplett real. Das stimmt auch zu 100 Millionen, Trillionen Prozent. Ich habe noch nie jemanden gehört, der einfach gesagt hat, nur Geld hat mich glücklich gemacht. Sondern natürlich gibt es Zusammenhänge. In der Regel würde ich zum Beispiel sagen, das wäre mal interessant, wenn es da eine wirkliche Statistik zu geben würde. Aber ich glaube, du kannst es gar nicht so einfach tracken, weil woran trackst du, wie glücklich oder zufrieden ein Mensch ist. So, wenn du das selber sagst, hat ja jeder eine andere Wahrnehmung. Ich zum Beispiel bin sehr selbstkritisch, immer mit allen möglichen Dingen und würde mich immer an allen Sachen eher tiefer sehen, damit ich sehe, dass es mehr Potenzial nach oben gibt. Obwohl ich wahrscheinlich, ich bin, also wenn ich es wahrscheinlich neutral bewerten würde, würdest du sagen, boah, extrem glücklich, extrem viel Energie, extrem positiv, extrem erfolgreich, extrem reich, alles sozusagen eigentlich gegeben. Und ich sage aber so, ja, ich bin ja erst 25, ich kann ja maximal eine Hälfte angekommen sein. Ja, ich glaube, man muss das so ein bisschen aufteilen halt auf verschiedene Bereiche, weil für mich gibt es halt so, okay, es gibt Finanzen, es gibt Beziehungen, es gibt Familie und es gibt Gesundheit. Und jeder dieser Bereiche kann ja unterschiedlich weit ausgeprägt sein. Und das Wichtigste von allem und das Wichtigste von allem, Bedeutung. Ich glaube, das Wichtigste für Menschen, unabhängig von allen anderen Sachen, ist Bedeutung. Selbst der Tod, du kannst, also ich glaube, es gibt Menschen, die mit Bedeutung sterben und im Grunde genommen glücklicher sind, als Leute, die zwar ihr ganzes Leben lang gesund sind, also zumindest keine schweren Krankheiten haben, aber keine Bedeutung haben. So die dann irgendwann mit 90, ich glaube, es wird in den nächsten, ich würde mal davon ausgehen, dass in den nächsten 30, 40 Jahren, wo die ersten Generationen so alt werden, wo viele Leute keine Kinder haben, das wird extrem crazy, die hitten. Weil wenn du, da gibt es eine interessante Aussage zu von Jordan Peterson, legendärer Typ übrigens, feiert ja nicht alles, was er sagt, aber sehr viele, sehr crazy Infos. Ich feiere ihn komplett. Ich finde ihn auch komplett nice. Nur manche Sachen würde ich halt anders sehen. Aber er sagt zum Beispiel, in den ersten 45 Jahren deines Lebens kannst du halt mega glücklich sein und mega viele Sachen erleben, ohne Kinder zu haben. Nach 45, wenn du zum Beispiel 60 oder 65 bist oder 70 bist, wenn du keine Kinder oder Enkelkinder hast, dann ist dein Leben so fucking boring, weil es kommen ganz viele Sachen, passieren nicht mehr und du hast die Bedeutung, deine Bedeutung ist in der Regel ist sehr sozusagen einfach rein evolutionär ja schon bedingt, dass du Bedeutung dadurch bekommst, Kinder, also der Reward dafür Kinder zu bekommen, muss rein biologisch gesehen das größtmögliche sein, weil es deine wichtigste Aufgabe rein biologisch gesehen ist im Leben. Und ich glaube, dass das mit das Allerwichtigste ist, wenn man jetzt reich so definiert, dass alles da rein spielt. Dann ist Bedeutung wichtig und zum Beispiel, wenn du morgen verreckst, wen juckt das? Kriegt das überhaupt jemand mit? Interessiert das irgendjemanden oder ist es so, oh ja, okay, da ist einer gestorben? Was passiert zum Beispiel? Beispiel mein Großvater. Mein Großvater ist gestorben 2013 und die Beerdigung war an einem Tag, da erinnere ich mich noch dran, es war der einzige Tag meiner Schulzeit, da war ich glaube ich in der 12. Klasse oder 11., wo wir schulfrei hatten im Herbst, weil es so krasser Regen und Sturm war. Es war so krasser Regen und Sturm, es war nicht normal. An dem Tag, wo du gestorben warst? An dem Tag, wo die Beerdigung war. wo die Beerdigung war und es standen einfach in der Kirche, waren so 150 Leute und außerhalb von der Kirche standen so 200 Leute aus, meine Oma kannte die teilweise nicht, ich kannte die nicht, so weil mein Opa war halt Pfarrer so und hat auch viel so für die Kirche getan und da waren Leute aus Bayern, aus oben an der Küste, aus NRW, sind so Leute angereist zu der Beerdigung, auch viele alte Leute natürlich, weil du hast ja viele alte Freunde und dann dachte ich mir so, okay, da haben so Leute mir dann auch, weil natürlich dann so, also ich kannte die ja auch nicht, aber die haben so dann erzählt, so weißt du, was die mit meinem Opa gemacht haben, so der hat so irgendwelche Jugendfreizeiten gemacht und dann waren das so Kinder, die auf den Jugendfreizeiten von meinem Opa, die sind zum Beispiel damals dann noch zu Zeiten, wo das alles getrennt war in Europa, sind die irgendwo da unten nach Kroatien gefahren, illegalerweise hat mein Opa die einfach alle mitgenommen, so 20 Jungs aus der, aus der, aus der Jugendfreizeit, sind ja mit so zwei Wohnmobilen, sind die so nach unten, da über die Grenze, so die Eltern und total Panik schon, aber du konntest halt damals, Pfarrer war halt heilig in Anführungsstrichen, hast ja keine Probleme bekommen und dann meintest du Leute, die da waren, weil die einfach so dankbar dafür waren und ich dachte mir, das zum Beispiel sind so Sachen, das ist eigentlich sehr cool, das ist sehr bewundernswert, wenn du Bedeutung hast in deinem Leben. Da geht es halt absolut nicht um Geld, so Reichtum ist ja da für manche Leute komplett anders definiert, weil für mich persönlich würde ich jetzt nicht sagen, dass Reichtum per se einfach nur die Definition von einem gewissen Vermögen ist, sondern da spielen genau solche Sachen mit rein, Beziehungen, Familie, Gesundheit, plus ich finde Bedeutung ist ein sehr interessanter Punkt, weil letztendlich, warum stehst du denn jeden Morgen auf, wenn du denkst, deine Arbeit ist unbedeutend, wenn dein Vorgesetzter dir irgendwie, ja nicht das Gefühl gibt, dass diese Arbeit, die du hier machst, Beispiel, ich war früher bei Siemens angestellt, ob ich jetzt da war oder nicht, hat für mich keinen Unterschied gemacht, hat für die Firma wahrscheinlich auch kaum einen Unterschied gemacht, weil du ausgesetzt oder ersetzt werden konntest, einfach, aber wenn du das Gefühl hast, Naja, aber ersetzt werden können ist ja nicht unbedingt schlecht. Ja, aber es ist das Gefühl, die Art und, ja, was heißt, es ist gut aus unternehmerischer Sicht, wenn du halt sagst, okay, ey, ein Mitarbeiter fällt aus, aber es geht dann um den Punkt, habe ich selber eine Bedeutung, denke ich wirklich, die Arbeit, die ich hier jeden Tag mache, bewirkt irgendwas im Leben, wir, bei uns ist es sehr krass, weil wir sind im direkten Kundenkontakt, wir sehen Leute, die kommen zu uns, die kommen nach sechs Monaten her, die haben auf einmal ihr komplettes Leben verändert, ob es darum geht, wie sie die Welt sehen, was sie auf einmal für Möglichkeiten haben, finanziell, die kommen her, weil sie ihre Familie irgendwie mehr bieten wollen, weil sie selber in einem Job sind, der es nicht erfüllt und diesen Menschen, diesen Weg zu sehen, das ist für mich Bedeutung. Ja, definitiv. Und das ist halt dann eine Art und Weise, wo irgendwann das Geld auch wieder kommt, weil du löst Probleme von Leuten und wenn du eine Bedeutung dafür findest, hast du auch diese Motivation wieder. Ich sage mal so, in den meisten Fällen wird Geld ja auch gegen einen Wert getauscht. Dementsprechend ist es halt sehr oft so, dass reiche Leute, also finanziell reiche Leute, auch meistens Dinge von großer Bedeutung tun. Also ich weiß, das ist so, in unserer heutigen Gesellschaft ist es oft so, dass man denkt, die haben alle Sachen nur geerbt oder dies, das, jenes. Aber die meisten Leute, wenn wir heute gucken, die große Bedeutung haben, egal ob positiv oder negativ, erstmal geht es ja nur um Bedeutung, weil jeder Mensch denkt ja von sich selbst, dass sein Effekt positiv ist. Also wahrscheinlich irgendein Terrorist denkt auch, er ist super bedeutend im positiven Sinne. Er denkt ja nicht in dem Moment, oh, ich mache hier voll die Scheiße, sondern denkt sich, oh, ich mache das Richtige. So, und, aber, also auch mit Geld ist genau das Gleiche. Es gibt wahrscheinlich irgendwelche Unternehmen, die auch voll Humanity Minus sind, also die eigentlich komplett scheiße sind, aber die Leute haben trotzdem, haben trotzdem eine große Bedeutung, auch wenn sie vielleicht eigentlich aus unserer Sicht negativ wäre. Das ist ein gutes Beispiel. Also wir wollen jetzt ja gar nicht, es soll ja gar nicht um diese Bedeutung gehen, sondern eigentlich um das Geld in erster Linie. Aber ich sage immer, also was wichtiger ist als Geld, ist Bedeutung. oder Relevanz oder man kann das auch sagen, Leidenschaft oder da gibt es auch so viele Möglichkeiten, das so zu umschreiben. Und man kann in allen Dingen Leidenschaft finden, das ist schon mal ganz wichtig. Weil du dem Ding selber die Bedeutung gibst, diese Leidenschaft. Genau, du gibst Bedeutung an Sachen und wenn du das Gefühl hast, dass du nicht bedeutend bist, dann wirst du auch nicht bedeutend sein, wenn du was anderes Krasses machst. Ich zum Beispiel hatte schon immer das Gefühl, bedeutend zu sein. Das Beispiel, du hast damals bei McDonalds gearbeitet, so bevor das alles begonnen hat und du hast trotzdem Bock gehabt auf den Job. Ich habe mega Bock gehabt, ich habe einen guten Job gehabt, ich erinnere mich auch noch zum Beispiel damals bei Lidl, wo ich die Regale entpappt habe, das heißt Pappe ziehen. Ich auch damals, ja. Ich habe das Gefühl gehabt, boah, ich tue hier so richtig, weißt du. Echt, ich nicht, nein. Ich habe das Gefühl gehabt, ich ernähre hier sozusagen so das Ding. Aber ich habe auch bei Mercedes oder so was, ich habe das total mit so einer Art Stolz auch getan. Das spielt ja auch für mich rein, Stolz zum Beispiel. Das ist wichtiger. Dann würde ich sagen, Geld ist eine Sache, also Gesundheit zum Beispiel ist natürlich eine Sache, die unglaublich wichtig ist, weil du natürlich, also viel Geld und nicht gesund zu sein, ist scheiße, also oder bringt dir wesentlich weniger. Aber, was viele Leute in dieser Gleichung vergessen, Geld macht dir nicht unkrank. Also Geld macht nicht krank. Zumindest ist es nicht, wenn es zu Genüge vorhanden ist. Und in der Gleichung ist es dann schon so, lieber reich und krank als arm und krank. Denn ich glaube, wenn du arm, also wirklich arm bist, in Deutschland ist es ja zum Beispiel so, dass du ja eine gewisse grundsätzliche Versorgung hast in der Krankheit, was ja in fast keinem Land der Welt sonst existiert. Also es ist ja auch, wenn man drüber nachdenkt, das kostet ja auch, also das ist ja geistgestört eigentlich. Aber wie auch immer. Es ist ja da und ich glaube, der Größte oder was sehr, sehr, sehr unschön ist, wenn du zum Beispiel dann krank bist, kein Geld hast und dann noch die ganzen Sorgen dazukommen. Wie mache ich das noch? Wie mache ich das? Ich muss ja zum Beispiel in den USA. Wenn du in den USA krank bist, ist es viel beschissener, als wenn du vielleicht jetzt hier Multimillionär bist und dann zu den besten Ärzten der Welt kannst, irgendjemanden einstellen kannst oder irgendeinen Berater hast, der deine Krankheiten vielleicht heilen kann, ohne dass andere Leute das wissen. Weil es gibt ja Heilungsmethoden, die sind im normalen Krankenhaus, können die dir nicht angeboten werden, weil die zu teuer sind oder whatever. Also auch Gesundheit. Stell dir vor, irgendwann sind deine Eltern krank. Gottes Willen hoffentlich nie, aber keine Ahnung, sie müssen irgendwann gepflegt werden. Sondern jetzt hast du nicht die Zeit, du hast auch nicht das Geld, um ihnen diese Pflege geben zu können. Du kaufst ja nicht nur deine eigene, selbst wenn du darum gehst, es geht nicht nur um meine eigene Gesundheit, aber stell dir vor, du kommst zu mir oder ich komme zu dir und du sagst, ey Niklas, ich habe irgendwie eine Krankheit und brauche dafür 100.000 Euro, weil dann könntest du mir irgendwie da helfen. Ich habe einen Arzt gefunden. So, warum wäre ich der Letzte? Oder ins Heim oder so. Du kannst es anderen Menschen auch ermöglichen einfach. Deinem direkten Umfeld, nicht nur dir selber. So, Geld löst halt nicht alle Probleme, aber Geld löst alle Geldprobleme. Und das ist halt, die meisten Leute haben Geldprobleme. Ja, Punkt. So, nichtsdestotrotz erfordert aber auch Reichtum einen Preis. Alles im Leben erfordert einen Preis. So, genau. Und das zum Beispiel ist eine Sache, in Deutsch, also zum Beispiel, wenn ich jetzt, also ganz offen gesagt, wenn ich in den USA wäre oder in 99 Prozent, ich weiß gar nicht, ich glaube, wo gibt es das noch? Also es gibt wahrscheinlich irgendwie so zehn Länder, die so sind wie Deutschland wahrscheinlich, dass du so eine Grundabsicherung hast. Schweden, Norwegen, Schweiz, Österreich, so halt die. Ja, ja, ja. Frankreich, weiß ich nicht. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, es wird eine begrenzte Anzahl an Ländern geben. In Deutschland kannst du halt auch, zumindest noch, noch muss man dazu sagen, das wird, also das hat ja auch nur was mit einem Wirtschaftsstand, einen besonderen Prestige zu geben. Das muss ja finanziert werden durch irgendwas. Und du musst dir vorstellen, es, in Deutschland kann es auch Sinn machen, nicht reich zu sein und du kannst trotzdem eigentlich relativ safe leben, anders als in anderen Ländern. Zum Beispiel anders jetzt in den USA. Peter Thiel hat das mal gesagt. Peter Thiel, deutscher Investor, aber mittlerweile lebt er in den USA. Das ist einer der Early Founders gewesen von Facebook. Ich glaube, ich weiß gar nicht, bei Apple, nee, Amazon, auf jeden Fall bei 2, 3 oder Paypal, ich weiß nicht, auf jeden Fall bei ein paar sehr großen Companies, hat sehr viel Geld verdient und hat gesagt, in den USA legit, um dich vor Krankheit und Recht zu verteidigen, brauchst du als ein, als normale Familie eigentlich mindestens 10 Millionen US-Dollar. Wenn du weniger als 10 Millionen US-Dollar hast, bist du nicht, du bist nicht vermögend, du bist pleite. Du hast mit unter 10 Millionen, das hast du in Deutschland nicht das Problem, deswegen viele Leute checken das nicht, ich weiß auch noch, als ich in der Y-Kollektiv-Doku habe ich das halt auch gesagt, mit diesem, du musst eigentlich 20 Millionen haben, wenn du aufhören willst zu arbeiten, weil dann kannst du überall auf der Welt alles machen. Du kannst mit 20 Millionen, kannst du wahrscheinlich überall auf der Welt alles machen. Das checken ja viele Leute gar nicht in Deutschland. In den USA, es kann sein, du hast einen Autounfall und du bezahlst 5 Millionen für deine Operation, für die 9 Monate Reha, die du da bist und so weiter und so fort. Wenn du das nicht hast, dann lassen die dich in Anführungsstrichen verrecken. Das checken ja manche Leute in Deutschland nicht, aber das ist normal, so ist die Welt normalerweise. Wir bezahlen dafür halt 50 Prozent oder teilweise mehr an Steuern. das ist ja ein sehr interessanter Punkt, wo man gerade so dieser ganze Aufschwung nach, alle verlassen Deutschland, weil wir so viele Steuern zahlen, dies, das. Ja, machen wir, Punkt. Aber so im Bereich rein medizinisch gesehen, stehen wir sehr, sehr, sehr gut abgesichert da. Das Rechts ist, also das nicht komplett, aber das grundsätzliche Recht und Rechts auch, also das Rechtssystem ist in den USA auch viel abgefuckter. Irgendein Wichser kann nicht einfach verklagen und egal was rauskommt, du musst die Hälfte der Gerichtskosten bezahlen. Ich würde sagen, USA ist auch nicht das Land, in das ich wirklich auswandern würde, so, wenn ich mich entscheiden müsste, weil es einfach viel zu risky ist. Deutschland wäre auch gleichzeitig nicht das Land, wo du sagst, ey, okay, ich gebe 50 Prozent von meinem Einkommen an deinen Staat ab und sehe trotzdem, dass eigentlich draußen Wirtschaft, ehrlich gesagt, beschissen läuft. Also, erst mal, genau, das ist, also wir kommen jetzt auch von diesem Reichtumsding aus, also um diesen Preis, um überhaupt reich zu werden. Das heißt, in Deutschland lohnt es sich weniger, es lohnt sich weniger, es lohnt sich auf keinen Fall nicht, das ist Bullshit, aber es lohnt sich weniger, zum Beispiel reich zu sein, als in den USA, weil man auch als, ich sage mal so, zum Beispiel, wir sind ja auch, also ich habe ja zum Beispiel auch ein normales Gehalt und so, also das ist ja, sicherlich hat man dahinter größere Assets, aber ich habe erst mal ein normales Gehalt und eigentlich kann einem nicht wirklich was passieren, was einen komplett so ruiniert, außer dass man halt, klar, kann jetzt insolvent gehen oder privatinsolvent, aber selbst das ist ja im Grunde genommen verhältnismäßig wenig kompliziert, weil so eine Privatinsolvenz, das gibt es auch nicht überall, dass so einfach dann die Schulden weg sind. Wie auch immer, auf jeden Fall ist der Preis, reich zu werden, definitiv ein paar relativ harte Jahre, würde ich sagen, du musst schon, also was heißt harte Jahre, je nachdem wie dein Ziel ist und wie du auch drauf bist, aber du musst schon bereit sein, das ist auch bei jedem so, jeder Mensch, der wirklich reich geworden ist, egal in welchem Lebenspunkt, muss dafür hart arbeiten, du musst diszipliniert sein, du musst, und auch wenn du gesund sein willst, gesund zu sein, auf einem sehr hohen Level, erfordert auch harte Arbeit, eine krasse Familie oder einen krassen Freundeskreis zu haben, ist harte Arbeit, weil viele Leute haben zum Beispiel einen geilen Freundeskreis und sehen das gar nicht als Arbeit und genauso kann man es auch nicht als Arbeit sehen, wenn man das auf dem Geldweg ist, zum Beispiel, ich sehe es auch nicht als harte Arbeit, sondern ich mache es ja gerne, dadurch fühlt es sich halt geil an, aber ich habe auch, man muss auch bereit sein, zum Beispiel mal Konfrontation entgegenzuwirken, mal bereit zu sein, sich von seiner Familie abzuwenden, das war bei mir zum Beispiel auch so, zum Beispiel Geld und finanzieller Erfolg ist mir wichtiger, als die Familie über mir, also die Familie, die unter mir kommt, Kinder und so weiter und so fort, das ist was anderes, aber ich würde, mein persönlicher Erfolg im Leben ist mir wichtiger, zum Beispiel, als die Beziehung zu meinem Onkel, so, das ist bei manchen Leuten zum Beispiel anders und dann sagen die, boah, wie kannst du das nur sagen, ja, das ist der Punkt, die Leute stellen das halt gerade so ins schlechte Licht, aber man muss halt erstmal abwägen, einfach so Priorisierung, es ist genau das, was ich meinte mit diesen verschiedenen Spalten, du hast Beziehung, Familie, Karriere, Gesundheit, so und du musst, halt manchmal den Fokus auf einen Bereich erstmal legen, um da voranzukommen, so wenn ich mich jetzt nämlich fünfmal die Woche mit meiner Familie treffen würde, hätte ich keine Zeit im Business, so viel Zeit reinzustecken, das heißt, ich nehme lieber erstmal Zeit, baue diesen Bereich aus, habe dann aber die Möglichkeit, meiner Familie viel, viel, viel mehr zu bieten, so, man muss vielleicht erstmal zwei Jahre, auf finanzieller Ebene, ja, aber nicht nur finanzieller, sondern vielleicht habe ich auch die Möglichkeit, dann auf finanzieller Ebene oder auch persönlich, ich kann mir die Zeit nehmen, weil ich habe irgendwie ein Business aufgebaut, was ich irgendwie automatisieren kann, auf einmal habe ich nicht mehr irgendwie 70 Stunden, wo ich arbeite, sondern ich kann jetzt mal einen Tag irgendwie remote bei meinen Eltern auch zu Hause sein, da arbeiten, weißt du, du hast so viele Sachen, die du halt, oder du kannst mit denen in den Urlaub fliegen, kannst du diese Zeit nehmen, so und das ist halt der Punkt, was glaube ich, viele Leute vernachlässigen und manchmal muss man sich in gewissen Bereichen halt immer erstmal darauf fokussieren, aber ganz wichtig hierbei ist halt zu erwähnen, dass man nie sich nur auf eine Sache dann den kompletten Fokus drauf, was bringt mir, wenn ich bei Finanzen bei neun bin, aber meine Beziehung bei drei, ich bin nicht in der Lage, kommunikativ irgendwie mit Menschen eine Beziehung aufzubauen, weil ich so in meinem Film bin, aber das ist nicht Realität, meiner Meinung nach. Ich würde sagen, es gibt wenige Leute, das wird in den Film immer so dargestellt, die wirklich ausgeglichen sind in allen Bereichen, es gibt super viele, Beispiel, erfolgreiche Unternehmer, die wahrscheinlich Millionäre, Milliardäre sind, aber gesundheitlich absolut am Arsch sind, weil sie, keine Ahnung, 200 Kilo wiegen und sich null mit Fitness in ihrem Leben beschäftigt haben. Die zahlen dann den Preis, die zahlen genauso den Preis. Ich würde tatsächlich sagen, das ist eine Falschannahme, die so auf öffentlicher Propaganda basiert, die man in Filmen und Fernsehen immer sieht, der reich ist immer der Böse, der keine Zeit für niemanden hat, sich einen Scheiß um alle anderen schert, nur an sich selbst denkt und ungesund ist, ständig irgendwie, keine Ahnung, whatever macht, aber ich würde tatsächlich sagen, die meisten Leute, die ich kenne, die reich werden wollen, die reich sind, die reich werden wollen, die was Erfolgreiches aufgebaut haben, sind meistens in all ihren Lebensaspekten, haben die höhere Standards für sich, sind, vielleicht sind die nicht, ich kenne zum Beispiel auch viele Leute, die sind jetzt, die sind erfolgreich und die sind gesund, die sind aber nicht super gesund, weil die sagen, ey, come on, also, musst du nicht, genau, du brauchst jetzt nicht Millionär sein und Bodybuilder aussehen haben, weil du hast die Zeit dafür, aber kann genauso sein, dass du dich nur auf dein Business konzentrierst, aber deine Frau zu Hause sagst, ey, mein Mann ist absolut so beschissener Ehepartner, das kann auch sein, das ist das, was ich meine, dass man nicht zu sehr, weil wenn du in einer Sache gut bist, dann neigst du dazu, mit dem Geld zu tun, wenn du in einer Sache gut bist, dann neigst du dazu, dieser Sache immer mehr Bedeutung auch zu geben und dich nur darauf zu fokussieren und andere Dinge, wo du, weil dann würdest du ja an Dingen arbeiten, wo du nicht so gut bist und merkst, okay, scheiße, ich bin hier da, mein Selbstwert ist hier, aber wenn ich, keine Ahnung, stell dir vor, du gehst dann auf einmal zum Boxen, hast vorher noch nie geboxt, auf einmal bist du der Schlechteste da, ist nicht geil, aber genau solche Sachen musst du eigentlich machen, wenn du wieder wachsen willst. Ja, genau, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass das Geld dann ein Grund dafür ist, also grundsätzlich ist Reichtum schon, egal wo du auch lebst, eine sehr strebenswerte Sache, weil es dir einfach Möglichkeiten gibt, die andere Leute nicht haben. Dafür zahlst du aber auch einen Preis, das ist einfach so und man kann halt auch, zum Beispiel, du übernimmst eine andere Art von Verantwortung. Verantwortung übernehmen zum Beispiel können die wenigsten Menschen, auch wenn alle das immer wollen, also aka Bewerbungsgespräche, alle Leute fragen mal, ja, was möchtest du, ja, ich will auf jeden Fall irgendwo Verantwortung übernehmen, aber wirklich Verantwortung übernehmen ist crazy. Verantwortung bedeutet die, also die Definition von Verantwortung übernehmen bedeutet, du übernimmst die Konsequenzen oder Folgen deines Handelns. Würde bedeuten beispielsweise, wenn man es im Unternehmenskontext sieht, okay, ich mache zum Beispiel was, das ist scheiße und das kostet die Firma 20.000 Euro. Was muss ich jetzt tun, diese 20, natürlich, du wirst jetzt nicht sagen, okay, ich werde jetzt auf 20.000 Euro verzichten, aber zum Beispiel, das hat, wie heißt der das nochmal hier, der Apple-Gründer, Steve Jobs hat das, hat das damals, der ist ja dann sieben Jahre aus seiner Company rausgegangen und der hat damals, glaube ich, für die, für diese, ich weiß jetzt nicht, weil ich möchte jetzt kein Halbwissen erzählen, aber auf jeden Fall, also Verantwortung übernehmen bedeutet, crazy shit zu machen. so und das sind Leute, die sowas machen können, das sind Leute, die werden unfassbar erfolgreich werden, weil wenn du, Verantwortung übernimmst, ist glaube ich der Punkt, an dem die meisten Leute sind nicht mehr in der Lage für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, deswegen hat der Staat auch angefangen, vor allem in Deutschland zum Beispiel immer mehr Verantwortung für Leute, hey, die Leute sind nicht mehr in der Lage, ihre eigenen Kinder zu erziehen, okay, wir machen die zwölf Jahre den ganzen Tag lang in die Schule und geben irgendwelchen Lehrern, die vielleicht auch nicht, die gar nicht die Verantwortung in der Lage sind zu tragen, aber wie auch immer, trotzdem geben wir den Lehrern die Verantwortung. Die Leute sind nicht in der Lage, können nicht Verantwortung dafür übernehmen, selbst für ihr Alter vorzusorgen, wir führen Rente ein und so weiter und so fort. Weißt du, die Leute sind nicht in der Lage, dies, das jenes wirklich Verantwortung dafür zu übernehmen, eine Million Versicherungen für alles mögliche. Das ist, also wir sind in einer Gesellschaft, in der es völlig normal ist, für fast nichts Verantwortung zu übernehmen. Als Kind früher, du hast Scheiße gebaut, du kriegst eine in die Fresse. Instant Learning für das Gehirn, super, super Learning. Du siehst zum Beispiel meine Großeltern von der Disziplinier, die können Verantwortung übernehmen für sich. Meine Oma ist, weißt du, die hatte zwei Schlaganfälle, der Dings hat gesagt, sie muss mehr Sport machen, die ist jeden Tag fertig mit dem Fahrrad 15, 20 Kilometer mit 84 Jahren. Jeden Tag, ob es sehr gut geht oder nicht, manchmal ist die schon vom Fahrrad gestürzt, fast gestorben dabei, weil es ihr so schlecht ging, aber sie hat gesagt, ich muss trotzdem dieses Fahrrad fahren. Das ist so eine eiserne Diskriminierung, weil die sagen, ey, ne, und dann aber auch Verantwortung dafür übernehmen und nicht dann dies, das, jenes umheulen und so weiter und so fort. also es ist normal, keine Verantwortung mehr für irgendwas zu übernehmen, sondern dann sozusagen zurückzugehen, ja, das war wegen den Umständen und der war daran schuld oder ja, die Umstände waren nicht in Ordnung und dies war nicht so cool und das war nicht gut und die Verantwortung an irgendjemand anderen abzuschieben und das ist der größte Punkt. Das ist super leicht, das ist super leicht, die Verantwortung abzuschieben. Und es wird hot style viel mehr gemacht, weil das gleichzeitig bedeuten würde, wenn du sagst, ey, ich übernehme Verantwortung oder für alles in meinem Leben bin ich verantwortlich, würde ja auch bedeuten, dass das Leben, was du gerade führst, wo du vielleicht gerade unglücklich bist, keine Schuld, ja, deine Schuld, das ist nicht das Resultat von irgendjemand anders, es ist immer deine Schuld, es ist immer deine Schuld. Also ich glaube, man merkt von der Frage, wie wichtig ist es, reich zu sein, haben wir, es geht gar nicht nur rein um das Finanzielle. Also das ist so ein Punkt von Reichtum, aber es hat sehr viel Bedeutung zu tun. Also ich würde sagen, es ist wichtig für jeden, der so ein Extraordinary Opportunities im Leben haben will. Das heißt zum Beispiel, wenn du mal, also wenn du die, zum Beispiel Freiheit ist auch ein Punkt, der damit reingeht. Ich sage mal, Geld schafft eine gewisse Form der Freiheit, eine gewisse Form. Gleichzeitig schafft es auf der anderen Seite auch eine Abhängigkeit zum Geld nämlich. Alles, was dir etwas bringt, schafft eine Abhängigkeit. Wie Geld. Also du bist dann in dem Moment wirst du abhängig vom Geld, weil ohne das Geld könntest du das nicht mehr machen, was logisch ist. Genauso wie in einer Beziehung oder deine Kinder. Kinder sind das Gegenteil von Freiheit. Die Abhängigkeit ist ja per se nichts Schlechtes, wenn es die richtigen Abhängigkeiten sind. Absolut nicht. Du bist abhängig vom Internet. Ist das Internet deswegen schlecht? Nein. Du bist abhängig von, keine Ahnung, von den Straßen oder sowas. Also es ist halt, alles im Leben hat einen Preis und wenn man sich jetzt halt vergleicht, keine Ahnung, stell dir vor, jemand denkt sich so, Niklas fährt voll das geile Auto, hat voll das geile Leben, kann hier dies und da in den Urlaub. Ja. Würdest du tauschen wollen, wenn du siehst, wie viel du arbeitest, dass du sieben Tage die Woche arbeitest, es gibt kein Wochenende, wo du den Laptop mal irgendwo nicht mit hinnimmst. Die Leute wollen das haben, aber nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Das ist halt letztendlich dann die Frage. Wobei, und das aber auch immer wieder, jeder muss auch seinen eigenen Hustle, zum Beispiel bei uns ist es ja auch so, es ist immer der Wachstumsgedanke, es ist ja gar nicht so schwierig, mal auf ein sehr großes Level zu kommen. Also ich sage mal so, wenn du 100.000, wenn sagen wir mal 100.000 Euro Jahreseinkommen, ist so ein Punkt, ab dem du in Deutschland zumindest aktuell, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut über die Runden kommst. Du kannst eigentlich alles machen, kannst ein schönes Auto fahren, dies, das, jenes. So musst du jetzt nicht so viel Sorgen über Geld machen. Da zum Beispiel hinzukommen, musst du ja nicht sieben Tage die Woche im Grunde genommen arbeiten. Aber, auch da musst du natürlich in einer gewissen Art und Weise mal irgendwas gemacht haben, was jetzt nicht jeder kann. Ich glaube, ich hatte vorhin ein Bewerbungsgespräch im Thema Sales und da haben wir uns irgendwas angeguckt und unser Bewerbungsgespräch lauft immer so ein bisschen anders als bei den meisten anderen Companies. Wir haben uns irgendwas angeguckt, so ey, was sind eigentlich Jobs, in denen du 10k im Monat verdienen kannst und das kannst du an einer Hand eigentlich abzählen. Irgendwie Anwälte, Ärzte, Investmentbanker, eine bestimmte Art von Ingenieuren. Das sind alles Sachen, für die du auch mal fünf, sechs, sieben Jahre eine Ausbildung oder ein Studium machen musst, um da hinzukommen. Und dann gibt es halt die Leute, die extrem gut sind in dem, was sie tun. Also es gibt auch Leute, die haben eigentlich einen Job, der ist erstmal auf den ersten Blick zum Beispiel die Assistentin, das habe ich damals mal gesagt, von Jeff Bezos war es, glaube ich, Jeff Bezos oder Google, Assistentin, die dritt oder vierthöchstverdienendste Person in der ganzen Company. Also das bedeutet in dem Bereich, die wird im zweistelligen Millionenbereich wahrscheinlich irgendwie oder im einstelligen Millionenbereich wahrscheinlich Gehälter bekommen haben als Assistentin, weil die einfach so extrem gut ist und so einen Mehrwert reindelivert. Für ihn halt, für diesen Geschäftsführer. Ja und damit direkt für die Company und das zum Beispiel ist, also ist auch ein Weg und der andere Weg ist halt Selbstständigkeit. Also für die meisten Leute wird der Weg auf 10K sein, entweder du bist extrem gut in dem, was du machst, da brauchst du aber auch fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre meistens, mindestens um da hinzukommen oder du bist selbstständig oder du hast die Chance in irgendwas mitzupartizipieren und kannst halt darüber was machen. Oder du bist halt später, das ist natürlich, das ist dann nicht verdienen, sondern das ist einfach nur Geld machen. Man sagt ja immer, reich sein kannst du dir nicht verdienen, sondern du musst einfach das Geld machen. Du kannst es nicht verdienen. Viel Geld, niemand ist reich geworden durch verdienen. Zum Beispiel irgendwie ein Jeff Bezos oder sowas, der hat nicht 150 Milliarden verdient, sondern hat die eingesammelt. Großer Unterschied. Alright, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Gerne mal eure Gedanken auch in die Kommentare, was es für euch bedeutet, reich zu sein. Was bedeutet es, reich zu sein? Sehr interessante Frage. Kann sich jeder mal stellen und schauen, welche Antworten da haben. How much money? What's the number? Last question. Was ist die Nummer? Für dich? Wann würdest du sagen, wenn es rein um Geld geht? Was ist die Summe? Wann es rein um Geld geht, wenn ich mich finanziell frei fühle? Nein, nicht finanziell frei, sondern wann würdest du sagen, bist du richtig reich? Reich? Ich würde es ehrlich gesagt nicht auf eine Nummer haben, die ich auf dem Konto habe, sondern regelmäßiger Cashflow, weil das ist, glaube ich, das, was viel geiler ist. Ja, ich weiß, ist es auch und es geht gar nicht um die andere Nummer. Ja, aber ich will jetzt die Nummer insgesamt haben, wenn es nicht um Cashflow gehen würde. Ich würde sagen, 20 Millionen. Ja. Ich glaube, also nicht, dass 20 Millionen das Ziel sind, bei mir auf jeden Fall nicht, ich würde deutlich mehr haben, aber ich würde, glaube ich, auch sagen, wo du eigentlich, wo du nicht mehr eigentlich das Geld so ausgeben könntest, wenn du nicht absolut dumm investierst, dass du für den Rest deines Lebens und für deine Familie wahrscheinlich ausgesorgt hättest. Ja. Mit 20 Millionen investieren. Ich habe mal gehört, wenn man ungefähr, ich glaube, es ist so über 160, 170 Millionen Vermögen, ist es fast unmöglich, dein Vermögen zu zerstören, weil du fast nur noch Sachen kaufen kannst, die per se einfach teurer werden. Das heißt, die Autos, die du dann kaufst, wenn du 160 Millionen hast, die werden einfach mehr wert. Die Flugzeuge, die du kaufst, werden mehr wert. Ich habe neulich ein Video gesehen, hat jemand einen Lamborghini gekauft vor vier Jahren, der ist jetzt einfach 200.000 Euro mehr wert. Also du denkst erst mal, die sind voll stupid, dass sie das kaufen, aber ab einer gewissen Preistasse, so irgendwelche Uhren oder sowas, aber die werden einfach mehr wert. Oder auch die Gebäude, oder so irgendwelche, voll dumm, dass die das Haus gekauft haben. Aber im Grunde genommen ist es einfach alles nochmal dann, also selbst wenn du stupid und dumm bist, bist du dann einfach Smart Investor auf einmal. However, hat uns sehr gefreut, dass ihr am Start wart, hier beim e-commerce.de Podcast. Wenn ihr euch dafür interessiert, euer Business zusammen mit uns, unserem Team gemeinsam aufzubauen, dann geht auf www.e-commerce.de, bucht euer Erstgespräch kostenlos, unverbindlich, einfach nur um euch zu pushen, um euch zu helfen und wer weiß, vielleicht finden wir zueinander, vielleicht sitzt ihr auch mal hier am Podcast-Tisch. Und in dem Sinne, weiterhin gute Umsätze, viel Erfolg, hört rein, Tim und Niklas, und die Woche zu helfen Bis dann, Bis dann, Bis dann. Bis dann.